Hallo Leute, ich bin das Manni und ich bin hier, Busfahrer. Hier, ich bin das, hier, Lenkrad-Kloppo, Manni, der Busfahrer, ganz genau. Ich bin hier in der heimer Mission, ja, weil wir wollen natürlich, dass Kloppos Traum nochmal wahr wird. Da steht das, hier, Hashtag Kloppos Traum, einmal mit dem Lkw um den Borsigplatz rum, ganz genau. Und wo startet das ganze Unternehmen? In Berlin, ist das, ja. Das ist meine Kolonne hier, hab ich alle selbst beklebt und anschließend hab ich mir das paar textieren lassen. Los geht es! Platz, Manni kommt! Hier, guck dir das an, ist das nicht geil, ist das sensationell, das hat die Welt noch nicht gesehen. Hier, Freunde, Kloppos Traum, hier ist er, geil. Where do you come from, wa? Vom Franz. Vom Franz? Ja. Das gibt's ja gar nicht, der Beckenbauer hat seine Leute überall, das ist ja geil hier. Ich werd verrückt hier, guck mal, Pharrell Williams hier. Ah ja, cause I'm happy und so weiter. Sing mal weiter, du kannst das, das ist dein Text. Hier, halt mal hoch die Murmel hier. Halt mal hoch hier. Die Wall hoch? Das sind Holländer, weißt du, die haben vom Fußball an die ja keinen Plan. Jo, ich hab ein Trikot für euch, geil, oder? Ja? Wenn du das mit Grün in die Waschmaschine schmeißt, dann hast du alle leblöe, wa hier. Sing mal. Of course I'm happy. Happy. Ja, geil ist das. Ist du kein Fußballer? Nein. Was bist du, was hast du für'n Sport? Hockey. Hockey? Ja. Ja, dann geh mal in die Hockey runter, wa? Ich werd verrückt. Das ist quasi die Oma von Aubameyang. Das ist quasi die Oma Meyang. Chinese? Chinese, ja. König, ja, hier in der Mauer, ne? Ah, sorry. Großes Land, viele Leute, wa? Ich verstehe nicht, Jim. Oh, he's happy. Ja, I'm happy. Happy Wendy und so weiter, wa? That's my name for real. Guck mal da, da ist er doch. Ja, Emmerich hier, wa? Die Dortmunder gewinnen und die Wolfsburger? Ver... 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 Verlieren. Ja, oder wie man bei euch sagen würde, Hacking Süß-Sauer, wa? Ja, bin ich kaputt, du. Ich brauch erstmal Pause, wa? Ich ess erstmal ne Schriffe hier. Ein bisschen erholen ist das. Ja, ey, hier. Nee, hör auf. Alles gebrennt. Sogar hier. Guck mal hier, da. BVB, Wolfsburg. Die bin ich beide schon gefahren, die Busse. Ganz genau. Und so sieht das auch im Finale aus. Kopf an Kopf hier. Guck mal, is dat. Yeah. Hier, dit is meine Auftrag. Dit is Kloppos Traum. Da hab ich versprochen, den wahrzumachen. Deswegen muss ich jetzt weiter mit meiner Kolonne. Ja, ganz genau. So, Freunde, da bin ich in der Mall of Berlin. Ich hab alles aufgebaut. Hier, Autogrammstunde, Leute aufgebaut. Hier, Torwand schießen, Fotokabine. Kann losgehen. Stopp. Kommen Sie mal ganz kurz eben hier ran. Wo ist Ihr Trikot? Das geht so nicht. Ja, hier. Pass auf. Ich hab hier noch eins für dich. Hier, zieh das Ding rüber. Hier, so. Komm her. Ja, hier. So. Hier, Nobi. Hallo. Ich hab hier Sonderfall. Haben wir gerade noch mit dem Trikot ausgerüstet. Hier, wie heißt sie? Wie heißt sie? Melli. Melli. Melli, Nobi, Nobi, Melli. Manni. Manni, Nobi, Melli, Manni. Die Manni, Melli, Nobis hier. So, jetzt zeig ich euch mal hier in der Wall of Berlin, was ich drauf hab, Freunde. Ob ihr passt. Ja, pass auf hier. Drin ist das Ding, wa? Ja, 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 ja. Hallo, ja. Ja, sieben von sechs. Ich bin nicht so hier drauf, halt. Nobi, einmal ganz kurz für die Fans vom Manni Radio. Ja, Mannschaftsbus, dass du mir einmal das Sieg-Tour von BVB kommentierst gegen Wolfsburg. Ja, so wie im Radio bei dir da. Der Ball ist abgewehrt. Sebastian Kehl spielt auf die rechte Seite. Dort ist Henrik Mkhitaryan. Der hat sich freigelaufen. Der geht die Linie lang. Bis an die Grundlinie. Passt zurück. Der Ball kommt in die Mitte. Und da ist Robameyang. Es steht 3 zu 2 für Borussia Dortmund. Sensationell, du. Das Spiel, wir brauchen ja nicht mehr spielen. Ist schon durch die Kiste, wa? Dortmund hat gewonnen. Schön wär's. Ich find's schön. Danke, Nobi. Danke. Mach's gut. Und fahr den Bus nicht kaputt. Nee, Quatsch. Ich pass auf. Danke. Danke.